jetzt schauen wir uns an das video von reaktions hugo best of hungriger hugo 2021 genau 11 minuten 11 einfach schnapps zahl ich bin sehr gespannt bitte zeigt mir die highlights von hugo von 2021 best of ich bin sehr gespannt abfahrt der anfang des jahres war für uns alle hart und da hatte mama merkel was zu sagen gastronomie betriebe werden geschlossen das hat sich auch auf einige jungs negativ ausgewirkt das kenne ich okay ich bin das los ist monaco morgen kommen wir jetzt hier mit anders glück brasilien japan das war ja alles dieses jahr eine mannschaft handbrüche waren das war auch dieses jahr wie gesagt ganz kurz nein aber nein das war schon letzt nee oder ist jetzt zweimal nach malta gefahren dies jahr nee oder ich bin gerade verwirrt war das erste mal wurde den bahn dafür bekommen hat für ein paar tage auch 2021 ja doch am anfang und im august oder so auch sonst hatte er weise ratschläge auf lager polette gehen häufchen setzen zehn minuten am handy chillen 15 minuten gameboy spielen und da brauchst du gar nicht abwischen weil es schon von alleine getrocknet ein guter gastgeber war er auch würde ich dann rein theoretisch stören wenn ich hier noch vorziehen würde das ist ekelhaft ja eine cola zero würde ich auch nehmen für die auf die erhält dass er zero ich habe keine cola zero was ist das denn cola hä hä das raffe ich nicht hatte 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 monty jetzt auch eine cola light oder ist trimex einfach davon ausgegangen dass wenn monty normale cola hat dass er auch cola light hat raffe ich nicht ich finde dass du hier unten auch keine geraubt hast ich bin dumm oder so das war eine normale cola ok im cola light ist sowieso schmutz das stimmt es schmeckt nicht bei mir ist das wird richtig laut das sage ich jetzt schon das war eine große rolle spielten auch die pokémon karten in diesem jahr oh ja stimmt das war alles dieses jahr die ist richtig stimmt die ganzen krassen pack opening richtig mies das schlechte zu buchen überhaupt schlecht das macht keinen spaß mit dem die ist minderjährig die karten angepackt das essen bereit moment hier sind im prinzip die fertigen utensilien das sieht sehr sehr gut aus ja da drüben da liegt was auf dem boden tatsächlich noch eine zucchini free fuzzle welcher fuzzle bei mir? oh du hast tatsächlich einen fuzzle warte ich mach ihn weg nee nee ok sorry ihr könnt euch wahrscheinlich auch noch an den legendären stern tv auftritt erinnern coronakrise hat ihn finanziell nicht geschadet mit beschwerden über die coronamaßnahmen hält er sich zurück die maßnahmen bringen im grunde nichts wenn ich ins restaurant geh zu billy warum muss der dicht machen einfach Digger ist alles nervt ist einfach ein Witz Digger wo ist da die Gerechtigkeit hört für mich nicht nach einem guten Plan an nice danke perfekt Digger und hier ist sein gamingraum total verdreckt überall stinkt es vier Bildschärme mit vier P***** gleichzeitig an alle die ihm nacheifern wollen hat er eine Botschaft es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta Digger in diesem Jahr wahrscheinlich und dann erst das Müsli dann die Zahnpasta aktiv Digger hat Mark Tiktok für sich entdeckt und so lief es ab ihren Bruder Mark ist in Gefahr Tiktok ist sehr haram siehst du bei mir Tiktok ist haram nein ja aber das muss ich auch sagen zum Beispiel mein Tiktok ist sehr unterschiedlich zu sein und ich weiß nicht woran das liegt also irgendwie das liegt an dem Algorithmus meine Liebe das liegt daran dass sein Mann sich halt solche Videos öfter anguckt und der Algorithmus sagt mhm der Mark Gebauer enjoyed das und dann schlage ich dem das öfter vor deswegen hat er weirde Sachen und unnormale das Algorithmus denkt er ist so also bei dir sind schon manchmal so komische Sachen dabei auch so komische Sachen die du immer dann weg scrollst wenn ich so linke und dann so mache dann kriegst du dich weg das ist so geil sie ist so süß so eine süße wirklich aber auch Beleidigungen blieben nicht aus ich fand hast du deine Frisur doch einmal in deinem Leben angeschaut ein einziges Mal Trick 5 den Gegner komplett haupt ich bin nicht dafür dass du keine Haare hast kalt eisgelt steppig dann kam der Schock reagiert auf richtig gut richtig gut gekontert sehr gut sehr gut sehr gut weis halten mit dem Rentner hast du ein hungriger Huhu sehne digga mir geht das ein bisschen auf den Sack digga das ist ja fast schon ein Monte-Highlight-Kanal digga mit mein Bodypack Ende gut alles gut nun kommen wir zum Thema Liebe Isa der Song ist für dich es ist Montagabend und wir spielen als Team als ich zu dir sagte ich was für's me ne macht Mallorca unsicher das fand ich so geil wollte nur was sagen liebe Knutschen das ist so geil dieser Knipp ist der best guck mal wie sie auch guckt die will so die hat so Bock die hat so Bock ne macht Mallorca unsicher die hat so Bock guckt euch den Blick an die ist so ready nope Isa glaub mir ich war da nur kurz Wasser holen im Keller bitte glaub mir ich finde das sogar sympathischer wenn eine Frau sagt ey ich will das und das erreichen und ich will das und das die ihr Ziel verfolgt worauf sie Bock hat beschnitten oder nicht keine Ahnung warst du besser damit ist natürlich die Liebe Junge 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 Stimmt die beiden gab es auch noch was eigentlich aus denen geworden sind die jetzt zusammen sind die nicht zusammen streamen die noch irgendwie gar nichts mehr von Slavik und Elena mitbekommen zu den Zigaretten gemeint Derefas geht moin also könnte ich auch niemals Sascha es reicht jetzt mit diesem scheiß Versteckspiel steh endlich dazu ich helfe dir jetzt bei deinem coming out halbe Monatslohn wurde ebenfalls an den Rentner gespendet hauziehen mit dem zweiten aber Montag wie läuft es mit reddit den Abendherry ist schon in Planung wann der reddit am Start geht real talk ich werde deine Donation einfach nicht mehr fordern die nerven er stellt immer dieselbe Frage der kleine Hoden Kobold obendrauf gab es für chat bitte Abstand von reddit ja bitte bitte Abstand für das Rentner-Tour noch einen dicken Gewinn bei teammates das sind jetzt ... was ich noch nicht schade oh yeah yeah oh I remember Spiel 4 HipHop Legenden Spiel 4 HipHop Legenden aber warum steht dann ja dein Name Shirin David willst du die Flex Joker machen Digger hä du spielst du ein Teilmechaniker weil Max kannst doch nicht lachen Achso Ja, ja, ja. Ken wackelt, ja, weil ich mit meinem Bein wacke, dann wackelt. Hier wackelt doch gar nichts, ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast gerade einen Schlaganfall, das ist das Problem. Hier wackelt gar nichts. Oh, dann läuft deine fette Mutter gerade die Treppe bei mir hoch. Asozial. Ich träume, ihr könnt das eh die Geiler der Eierkopf fragen. Edi der Eierkopf, was träume ich jeden Monat mindestens einmal? Richtig schlimm. Willi träumt immer davon, 1,80 zu sein. Willi träumt immer davon, 1,80 zu sein. Jetzt hast du aber einen rausgehauen, ne? Ich geb euch jetzt einen Tipp mit. Und das ist nicht böse gemeint, Steffi. Frauen sind wie uns. Das wahrscheinlich schönste Ereignis des Jahres war der Bann von kein Konzept. Könnte da kein Konzept wieder einen Schnitt machen? Ach nee! Kanal ist ja gebangen. Auch Farid hat mal einen rausgehauen. Hattest du mal eine Zeit, wo du übergewichtig warst? Ja, tatsächlich vor meiner Beschneidung. Heute mal wieder gezeigt, dass Männer das bessere Geschlecht sind. Es gab jede Menge Beef. Ich verschone euch. Ich will das nicht kommentieren. Aber mal damit. Inaktivität. Oder der Schultoiletten Trend. Oder der Schultoiletten Trend. mit meinem bild auf der internet wer hat das in der ja aber am ende des jahres gab es eine wunderschöne überraschung ich werde vater mir wird sie eingefallen hört auf bitte jeder frau zu schreiben die bei mir einmal im live stream zu sehen war ob sie die mutter ist chillt mal viele optionen ja das stimmt ja da gibt es einige wer ist sie unglaublich elena hat mir gerade geschrieben dass sie heute schon tausende glückwunsch nachrichten bekommen zum schluss möchte ich noch mal euch allen danke sagen für das kranke jahr und ich wünsche euch einen guten rutsch ins neue jahr bis dann okay wie die auch den neues autosong muss ich mich erst mal darauf einrufen ich weiß noch nicht ganz er so budget war ich glaube ich weiß ich nicht weiß ich nicht aber guter guter flashback gutes best of 2021 ich feier sowas eigentlich immer voll krass ich wusste gar nicht dass manche sachen dieses jahr passiert sind ich dachte irgendwie das wäre länger her oder so crazy einfach pokémon chat es war dieses jahr aber einfach das pokémon jahr pokémon komplett im hype und gta komplett im hype crazy aber trotzdem gutes video enjoyed my stay